Schön, dass ihr wieder dabei seid. Nächste Woche am 25.04. soll der Patch 4.2 in Battlefield 2042 erscheinen. Wir sprechen jetzt in diesem Video mal darüber, was uns da jetzt alles Neues erwartet. Falls ihr weitere Videos in dieser Art sehen wollt, könnt ihr gerne ein Abo da lassen, falls das noch nicht geschehen ist. Und wer bereits schon abonniert hat, kann natürlich auch gerne dann das Video bewerten. Das hilft mir auf jeden Fall weiter. Jetzt schauen wir uns mal die Patch Notes an. Die Waffenanpassung mit neuen Aufsätzen wie zum Beispiel Schalldämpfer und erweitertes Magazin ist im Moment relativ kompliziert und vor allem auch unübersichtlich. Da musst du dich durch etliche Menüs durchklicken. Das wollen sie jetzt in diesem Patch verbessern. Einmal die Übersichtlichkeit wird jetzt hier nochmal verbessert und die Schritte, die dafür nötig sind, um einen Waffenaufsatz zu ändern, haben sie hier verkürzt. Früher gab es ja nur eine Möglichkeit, die Waffenaufsätze zu entfernen und das ging ja über diesen weiten Weg, über die Sammlung und dann Waffen. Und das soll jetzt wahrscheinlich auch über ein Anpassungsbild schon möglich sein. Das müssen wir erstmal abwarten, wie das genau funktioniert. Ich denke mal, das soll einfach nur eine zweite Variante halt sein. Die Beschreibung im Spiel für die Schalldämpfer ist teilweise ungenau und unpräzise. Das wollen sie jetzt in diesem Patch ändern. Die wollen einmal die Beschreibung genauer machen, was für Werte jetzt erhöht werden, beziehungsweise welche Werte verringert werden. Wenn ihr jetzt auf dem Schlachtfeld seid, könnt ihr über das Plus-Menü, was über die T-Taste funktioniert, die Waffenaufsätze ja im Spiel direkt ändern, ohne dass ihr jetzt nur einsteigen müsst. Hier wird jetzt die Sichtbarkeit irgendwie nochmal verbessert, beziehungsweise es werden jetzt die Waffenaufsätze hervorgehoben, die ihr zuletzt geändert habt. Da habe ich jetzt keine Ahnung, wie das genau funktioniert. Das muss man sich natürlich dann erstmal am Dienstag genau anschauen. Dann wurde das komplette Layout im Anpassungsmenü verändert. Das hat jetzt eine neue Optik. Am runden Endbildschirm gibt es jetzt eine neue Statistik, die heißt persönliche Bestleistung. Dort wird jetzt angezeigt, wenn ihr jetzt zum Beispiel besonders viele Kills gemacht habt, sehr viel Schaden oder Wiederbelebung oder zum Beispiel Assists, besteht die Möglichkeit, dass ihr dort jetzt explizit mit erwähnt werdet. Ich denke mal, das ist wahrscheinlich auch das Layout am Ende, was sie jetzt hier angepasst haben, beziehungsweise es wurde halt eine neue Statistik hinzugefügt, die dort jetzt am runden Endbildschirm angezeigt wird. Die haben ja vor längerem schon mal erzählt, dass sie den runden Endbildschirm verkürzen wollen. Ja, ich habe mir diesen runden Endbildschirm selbst nochmal genauer angeschaut und ich habe da keine Möglichkeit gesehen, dass man diesen verkürzen kann. DICE hat jetzt aber trotzdem eine Möglichkeit gefunden, was man jetzt da verändern könnte. Und zwar, die Zeit wurde jetzt nicht angepasst, sondern ihr habt jetzt die Möglichkeit, am runden Endbildschirm ins Hauptmenü zu springen, ohne dass die Spielersuche verlassen wird. Und das ist natürlich eine sehr gute Idee, wenn das wirklich so funktioniert, wie das hier angegeben ist. Bei den Ordensbändern gab es ja immer die Problematik, dass man jetzt nicht immer hundertprozentig weiß, bin ich jetzt noch auf Level 0 oder bin ich schon bei Level 1. Das habe ich ja bereits auch schon mal in einem separaten Video genauer erklärt. Die wollen auf jeden Fall in diesem Patch die Lesbarkeit von diesen Ordensbändern verbessern. Ich vermute mal, dass die damit das meinen. Es kann natürlich auch was anderes sein, aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass sie dieses meinen. Dann haben sie jetzt noch einen Punkt, da steht jetzt die verbesserte Grafiken und Animationen am runden Endbildschirm. Ich gehe mal davon aus, dass dort jetzt irgendwelche Animationen dargestellt werden, die vorher nicht da waren. Aber die ganzen Voicelines, die sie so vor längerem rausgenommen haben, kommen nicht wieder zurück. Beim rundenbasierenden Spielmodi ist der Seitenwechsel aktiviert. Vor allem ist jetzt die visuelle Kommunikation besser dargestellt, dass dort euch genau angezeigt wird, was jetzt konkret erst nächstes passiert. Eigentlich hatten sie das ja schon mal in einem vergangenen Patch angekündigt. Das ist jetzt im Durchbruchsmodus in der ersten Runde, beziehungsweise wenn die erste Runde um ist und die zweite Runde beginnt, dass dort ein automatischer Seitenwechsel stattfindet, beziehungsweise man hat die Option, die Seite zu wechseln. Das ging aber irgendwie gar nicht. Wie gesagt, da bin ich mir jetzt hier nicht ganz hundertprozentig sicher, was damit jetzt gemeint ist. Da müssen wir wirklich jetzt mal bis Dienstag abwarten. Ansonsten könnt ihr natürlich auch gerne mal einen Kommentar reinschreiben. Vielleicht habt ihr das besser verstanden, was damit gemeint ist. Ich kann natürlich auch nicht immer alles wissen. Viele schreiben dann immer einen Kommentar rein. Ja, Goldpriester, das hast du ja richtig dumm verstanden. Spielst du Battlefield erst seit gestern oder was? Schreibt einfach den Kommentar rein, was ihr denkt, was das sein könnte, wenn jetzt irgendwo ein Fehler ist. Ich kann natürlich auch irgendwie mal was fehlverstehen oder so. Nur mal das so als kleine Randinformation. Bei Liz haben sie die Meisterschaftsuniform etwas angepasst. Und zwar habt ihr mehrere Uniformen, die ihr dort freischalten könnt. Und die kleine Uniform mit den 10 Kills haben sie jetzt hier angepasst. Und zwar braucht ihr jetzt hier nicht mehr 10 Fahrzeugzerstörung, sondern da zählen jetzt auch die Assists dazu. Also nicht nur die Kills, sondern da würden jetzt auch die Assists dazu zählen. Ob das jetzt bei der Rang 1 Uniform auch so ist, also dass dort jetzt sozusagen auch die Assists dazu zählen und nicht nur die Fahrzeugzerstörung bei Liz, kann ich euch nicht genau sagen. Das steht jetzt hier nicht explizit da. Das könnte aber auch sein, dass es halt so geändert wurde. Da muss man aber auch wieder bis zu Dienstag abwarten. Dann haben sie jetzt das standardmäßige Daten-Aiming von aus auf angestellt. Das könnt ihr aber unter den Optionen auch wieder ausstellen, wenn euch das stört. Das gilt jetzt einmal für Controller sowie auch für Maus- und Tastatorbenutzer. Diese Funktion ist ein Werkzeug, das im Laufe der Zeit dazu beiträgt, dass eure Zielbewegung während des Spielens allmählich konsistenter wird. Die Funktion findet ihr, wenn ihr jetzt auf Optionen klickt. Dann klickt ihr auf Maus- und Tastator. Dann klickt ihr noch den Reiter an zu Fuß. Und dann ist es relativ weit unten. Dann müsst ihr schon bis ganz nach unten durchscrollen. Und dann ist jetzt hier, wie gesagt, die Funktion eingeblendet. Das ist standardmäßig auf eingestellt. Und ihr könnt es dann ausstellen. Ihr kennt das doch, wenn ihr jetzt einen Flaggenpunkt eingenommen habt und uns sind jetzt irgendwelche Türen in der Nähe, könnt ihr das ja abschließen. Und wenn jetzt ein feindliches Team dort rein will, müssen die erstmal eine längere Zeit die E-Taste drücken. Die haben das jetzt in den Patch so gemacht, dass wir jetzt nicht mehr die E-Taste drücken müssen, sondern ihr stellt euch jetzt da vor. Und die Türen öffnen sich dann automatisch. Ich gehe mal davon aus, wenn die Türen jetzt sozusagen blockiert wurden, dass sie sich etwas langsamer öffnen, als wenn die sozusagen frei sind, beziehungsweise nicht verschlossen wurden. Dass wir diesen Türen verschließen, ging mir am Anfang relativ stark auf die Nüsse. Aber das kann man natürlich auch als taktisches Element benutzen, um die Gegner etwas abzuhalten, dass die halt nicht so schnell den Flaggenraum betreten können. Das Scoreboard haben sie jetzt auch mit diesem Patch nochmal neu überarbeitet. Und zwar haben sie jetzt hier eine neue Spalte hinzugefügt. Zielpunkte heißt diese. Und dort wurde dann halt angezeigt, ich vermute mal, wie viele Flaggen man eingenommen hat. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, warum sie das jetzt machen. Ich finde das Scoreboard jetzt immer noch unübersichtlich, muss ich euch mal ganz ehrlich sagen. Und es stehen vor allem noch einige Punkte gar nicht dabei, die eigentlich rein müssten. So wie in den älteren Battlefield-Teilen das eigentlich schon der Fall gewesen war. Bei Sundance gab es wohl ein Problem mit diesen Verfolgungsgranaten. Wenn ihr da jetzt ein Fahrzeug angefragt habt und euer Team hat das dann gefinisht, ist es ja normalerweise ein Assist eigentlich gewesen für die Meisterschaftsuniform für Sundance. Ja, das hätte dann eigentlich gezählt werden müssen. Teilweise gab es dort wohl ein Problem, dass dort einige Assists nicht gezählt haben. Das sollte auf jeden Fall jetzt korrekt funktionieren. Ich verstehe da teilweise auch diese Marketing-Abteilung von DICE nicht oder wer die Idee hatte mit diesen Spezialisten. Wenn sie das schon ins Spiel bringen, dann sollten vielleicht auch die Meisterschaftsuniformen richtig freischaltbar sein, oder? Oder was sagt ihr dazu? Boris zum Beispiel kann man aktuell gar nicht auf T1 bringen, außer mit irgendwelchen Sheets und Absprachen, sage ich mal, mit States-Padding. Das ist normalerweise aber kein richtiges Gameplay, sage ich mal. Das muss natürlich auch über den richtigen Weg funktionieren. Soldaten, die jetzt den Rauchwerfer verwenden, den Explosionswerfer, den rückstoßfreien Raketenwerfer, die Javelin oder die FX-M33 werden jetzt kurz auf der Minikarte markiert. Und das ist zum Beispiel eine Veränderung, die sehr gut ist. Wenn ihr den Spezialisten Plasco spielt, habt ihr ja dieses Infederationsgerät als Spezialfähigkeit. Wenn ihr das Teil absetzt, wird euch auf der Minikarte ja so ein Bereich angezeigt, der jetzt gesperrt ist. Wenn ihr euch jetzt aber außerhalb von diesem Bereich bewegt und etwas weiter weg geht, wird dieser Bereich dann auf der Minikarte nicht mehr angezeigt. Die Beschreibung von Boris seiner Sentrigan wurde aktualisiert. Und zwar greift das jetzt nicht nur mal menschliche Ziele an, sondern auch Fahrzeuge. Und das haben sie halt jetzt in die Beschreibung mit reingenommen. Normalerweise hätte das vier eher mit rein müssen. Das ist ein Punkt, der jetzt ja nicht unwichtig ist. Dann verursachen jetzt schwere Produktile gegen Transportfahrzeuge mehr Schaden. Und zwar, das betrifft jetzt einmal die Empath-Granaten, die Torraketen und so weiter. Die beiden Transporthelis haben sie jetzt endlich mal abgeschwächt. Und zwar der Superhint. Er leitet insgesamt jetzt 20% mehr Schaden durch alle Projektile. Und der Contour erleitet jetzt insgesamt 10% mehr Schaden durch alle Projektile. Das wurde auch mal Zeit. Und so eine Veränderung habe ich eigentlich schon viel eher erwartet. Beim Torpanzer gab es manchmal so ein komisches Kamerawackeln, wenn man jetzt in die Hauptgran reingezwitscht ist. Das war sozusagen ein Anzeigefehler. Dieser Fehler dürfte jetzt nicht mehr auftreten. Also die Kamera ist jetzt sozusagen stabil, beziehungsweise das Bild verschiebt sich da jetzt nicht mehr so sehr. Beim Widecat gab es manchmal mit diesen Flugafferraketen ein Problem. Und zwar haben die manchmal ein Fahrzeug getroffen, aber trotzdem keinen Schaden verursacht. Das ist jetzt mit diesem Update behoben. Wenn ihr jetzt mit Rau unterwegs seid und ihr hackt jetzt meinetwegen ein Flugzeug oder ein Panzer, ist es ja so, dass ihr nach einer gewissen Zeit nicht sofort wieder das gleiche Fahrzeug hacken könnt. Beim Brawler war das jetzt in der Vergangenheit aber so gewesen, dass man den Instant wieder hacken konnte. Da haben sie jetzt diesen Protecting-Schutz mit integriert. Das bedeutet, ihr könnt jetzt den Brawler nicht sofort hintereinander zweimal hacken. Die beiden Stealth-Helis haben ja diesen Stealth-Modus, wo die halt nicht erfasst werden können von der Flugabwehr. Wenn ihr jetzt aber mit dem Tresor da die Helis markiert, könnt ihr die natürlich dann trotzdem anvisieren. Der Albig hat ja dieses Projektilabfang-System, dieses Tofi-System. Wenn ihr jetzt im Nachbarteam seid und ihr folgt jetzt einen Rückschluss rein, Raketenwerfer auf dieses Projektil-System, wird ja die Rakete abgefangen. Teilweise wird das aber gar nicht so gut dargestellt, beziehungsweise manchmal bekommt man das gar nicht mit, wurde jetzt die Rakete abgefangen oder ist die eingeschlagen. Und da haben sie jetzt eine blaue Markierung eingefügt, die jetzt da angezeigt wird. Das waren jetzt soweit erstmal die wichtigsten Veränderungen im Update 4.2. Es gibt natürlich trotzdem noch eine Veränderung, die auch sehr interessant ist, und zwar die Kartenveränderung von Discarded. Dazu haben sie ja bereits schon mal ein separates Video hochgeladen. Da wird jetzt ganz genau gezeigt, was sie jetzt bei dieser Karte angepasst haben. Ich habe das für euch jetzt mal aus dem Archiv rausgesucht. Das könnt ihr euch jetzt gerne auch noch anschauen. Dort wird jetzt wie gesagt ganz genau beschrieben, was sie jetzt bei dieser Karte verändert haben und wie sie das jetzt konkret dort aussieht. Later in Season 4, you'll get to experience the updated Discarded. So let's take a look at how it's shaping up. We've given more importance to the flag position in the submarine, while adding new cover to Black Line of Sight, especially when coming from the corridors into this room. We've also worked on the lighting across the map to improve visibility. We've strengthened this flag on the Colossus deck to allow soldiers in the lookout to keep the beach under control, with an added variety of cover to improve infantry combat. The destroyed ship tower gives the space a more epic look and feel. What used to be an open field has become the salvage yard. Designed to host a variety of combat, the car racks and the flip buses provide cover and alleyway-like paths that can give infantry the upper hand. A destroyed convoy and rows of military cover have been added to strengthen the front lines of this flag in the dismantled hull. The smoke from the convoy provides cover from snipers on the upper floors of the hull. We've also closed the part of the hull to limit frequent sniping from the deck of the ship. We've now made this flag in the beach worksite part of conquest and breakthrough. So there's always an objective between the Colossus ship and the dismantling yard. There are improved paths leading to it, by streamlining the roads and adjusting the cover across the beach. The new centerpiece allows for mid-to-long-range combat. With cover to make it more approachable for infantry, yet still with space for vehicles to drive around it. We have brought an existing flag closer to the flooded village, the better linked to north and south parts of the map. This will allow you to move between these two points more easily. Climb the antenna and parachute or a wingsuit down to the Colossus or the village. Okay, Leute, das war's jetzt soweit. Ich verlinke euch jetzt noch weitere Videos for Battlefield 2042. Da könnt ihr gerne mal reinschauen. Die sind ganz interessant. Ansonsten könnt ihr natürlich auch mal einen Kommentar reinschreiben, was ihr von diesem Update haltet. Wir hören uns im nächsten Video. Euer Goldpriester. Ciao.